Tadeusz Janza Eigentl Tadeusz Musial war ein polnischer Schauspieler. Janza begann seine Schauspielerlaufbahn während des Zweiten Weltkriegs beim polnischen Fronttheater. Nach dem Krieg spielte er zunächst Kindertheater in Warschau und wurde dann nach Olsten ans Theater engagiert. Einem breiten Publikum wurde er durch seine Filmarbeit in den 1950er Jahren bekannt, vor allem durch die Filme Eine Generation und der Kanal von Andrzej Weider. Weider sprach davon, dass der junge Janza ihn an den jungen Henry von Da erinnerte. Janza konzentrierte sich trotz der Filmerfolge jedoch auf die Theaterarbeit. Anfang der 1960er Jahre war er Ensemble-Mitglied am Tieter Powszechni in Warschau, das sich unter Intendant Adam Hanuschkiewicz zu einem der interessantesten Theater Polens dieser Zeit entwickelte. Nachdem Hanuschkiewicz zum Intendanten des polnischen Nationaltheaters in Warschau 1968 ernannt wurde, wechselte Janza 1969 ebenfalls in das Ensemble des Nationaltheaters. Er blieb bis zur Absetzung von Adam Hanuschkiewicz als Intendant durch das kommunistische Regime Ensemble-Mitglied und zog sich dann ins Privatleben zurück. Die einzige Rolle, die er noch spielte, war von 1980 bis 1996 in der Fernsehserie Dom die Rolle eines Arztes und ehemaligen KZ-Häftlings. Janza war verheiratet mit der Schauspielerin Malgorzata Lorentowitsch, die im Mai 2005 starb. Ihr gemeinsamer Sohn Christoph Janza und der Enkel Christoph Arthur Janza sind ebenfalls Schauspieler. Filmografie, 1953 Olnitz-Zi-Siestwa, 1954 Die 5 aus der Baskerstraße, 1955 Eine Generation, 1955 Karriere, 1956 Der Kanal, 1958 Project Nenier, 1960 Das schierlende Glück Regie, An Schämung, 1961 Nafta, 1962 Morgen, Premiere, 1970 Landschaft nach der Schlacht, 1970 Die Sache mit Bruneck, 1971 Tötet das schwarze Schaf, 1971 Zeichen am Weg, 1972 Monsieur Paul lässt grüßen, 1973 Major Hubal, 1974 Ich kann dich nicht mehr lieben Vater, 1977 Der Weg einer Frau, 1980 Dem steht nichts im Wege, 1981 Selbstverteidigung, wichtige Theaterarbeiten, 1961 Euridike von Jean-Anui Rolle, Orpheus Regie, Jacek-Szzz-Ztk, 1963 Wesel von Stanislav V. Spiansky Rolle, Yazik Regie, Adam Hanuschkiewicz, 1967 Fantasy von Julius Zlowakiv Rolle, Jan Regie, Adam Hanuschkiewicz, 1970 Hamler von William Shakespeare Rolle, Horacy Regie, Adam Hanuschkiewicz, 1974 Wesel von Stanislav V. Spiansky Rolle, C.C.P. Regie, Adam Hanuschkiewicz, 1976 Wie es euch gefällt von William Shakespeare Rolle, Jakob Regie, Thaddeus Mink, 1980 Obora von Helmut Kaiser Rolle, Jan K. Regie, Helmut Kaiser, 1982 Pan Thaddeus von Adam Mikkiewicz Rolle, Gerwesi Regie, Adam Hanuschkiewicz. Untertitelung des ZDF, 2020